Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Channel. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Und falls du neu bist, hallo, ich bin die Luzi. Ich habe vor circa sieben Jahren ein Auslandsjahr in Oregon in Corvallis gemacht. Und das ist jetzt schon so krass lange her, dass ich es mittlerweile fast kaum noch fassen kann, dass ich überhaupt da war. Ich denke ganz, ganz oft daran und an die schönen Momente, die ich dort hatte, die Sachen, die ich dort erleben durfte. Das Gefühl, das ich hatte, als ich dort gelebt habe. Deswegen musste ich jetzt in letzter Zeit auch wieder vermehrt daran denken, wie glücklich ich damals war. Eine Sache, die ich in meinem Auslandsjahr relativ intensiv gemacht habe, ist tatsächlich YouTube-Videos zu filmen. Absurd! Ich habe vor sieben Jahren schon einen YouTube-Channel gehabt und habe da hauptsächlich natürlich für meine Familie und meine Eltern und meine Freunde und Bekannten Videos gemacht, um zu zeigen, was in meinem Auslandsjahr so abging. Heute wollte ich mir diese Videos mal wieder angucken. Also, der Channel hieß damals und heißt wahrscheinlich auch immer noch L-U-Luzi und USA in meinem Namen. Ich weiß. Das ist unglaublich kreativ. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Okay, ich fange jetzt mal mit dem Video an. Auslandstagebuch Teil 2. Flug und die ersten Tage. Und da findet man mich. Von Cottbus nach Corvallis. Oh ja, da war ich in Frankfurt am Flughafen. Diese ganzen iMovie-Soundtracks. Geil. Also, ich meine, mal ganz abgesehen davon, dass ich überhaupt nicht scharf gestellt bin. Ich sehe noch so anders, also, ich sehe genauso aus, wie ich immer noch aussehe, aber irgendwie auch ganz anders. Lustig, die junge Luzi. Filmen in der Öffentlichkeit konnte ich damals auf jeden Fall wesentlich besser, als ich es jetzt kann. Ganz ehrlich, wenn man so touri ist, in einem Land, wo alle daran gewöhnt sind, dass da Kameras sind, dann ist es voll easy. Wenn ich hier auf der Straße mit der Kamera rumrenne, gucken mich 20 Leute so an. Äh, guck mal, da ist eine Kamera. Was ist das denn? Guck mal, guck mal. Äh, das filmt sich selber, oder was? In der Tatbestand, ich habe irgendwie Gate B84. Bevor ich dieses Auslandsjahr gemacht habe, war ich, ja, wie jeder Teenager, so sehr uneigenständig. Und sich orientieren ist jetzt nicht meine allergrößte Stärke, weswegen ich dann immer nur hinterhergelaufen bin. Und da musste ich halt das erste Mal mich selber zurechtfinden. Und das war nicht so einfach, dann an einem großen Flughafen in Denver, wo man irgendwie mit Zügen noch zum nächsten Gate fahren musste, sich zu orientieren und dann zu wissen, wo man ist. Ich hatte Gott sei Dank sechs Stunden Aufenthalts, sodass ich auch genug Zeit hatte. Aber das war für mich schon so. Ich weiß nicht überhaupt, wie ich mache ich hinten raus. Ich bin hier, glaube ich, in dieser Familie, mit diesem Bett, in diesem Zimmer, in diesem Haus, in diesem Bund, ähm, nur noch morgen. Und dann gehe ich jetzt kurz in meinen International Exchange Koordinator, den Ron Harkenton. Meinem International Exchange Koordinator, den Ron Harkenton. Wie ich mich einfach noch nicht richtig getraut habe, die Dinge auszusprechen, weil ich halt wusste, dass ich noch voll den deutschen Akzent habe. Ich bin so jung, guck mich an. Ich bin so ein kleines Baby. Das waren die Zeiten in meinem Leben, in denen ich am offensten und am selbstbewusstesten war. Und gleichzeitig komme ich so unglaublich schüchtern darüber, so. Ich weiß gar nicht, was ich dir erzähle. Ich bin die Luzi. Ich rede mal noch ein kleines bisschen leise. Kurz bevor ich ins Ausland gefahren bin, habe ich mir eine Dauerwelle machen lassen. Die sah bei mir echt gut aus. Ich muss sagen, ich vermisse manchmal meine Dauerwelle. Die war wirklich süß. Aber ich habe auch noch diese kleine Zahnlecke. Die habe ich dann mal schließen lassen. Da wurde mir dann was rangeklebt. Deswegen sind meine Zähne jetzt ganz schön und gerade. Das ist doch so geil. Oder da habe ich auch ungefähr eine Woche gewohnt bei meinem Exchange-Coordinator. Der hatte halt einfach einen ganzen Teich, einen riesigen Teich. Nur grün drumherum. Es war so geil. Also die Natur in Oregon ist so wunderschön. Und jetzt brecht das alles ab. What the fuck? Oh nein. Ja gut. Da können die jetzt auch nichts dafür. Ist jetzt nicht wirklich ein Vergleich wert. Genau. Ich wollte es mal ein bisschen mehr zum Beispiel geben. Oh, meine Stimme. Es tut mir leid, wenn ich mich dumm anhöre. Ich bin krank. Ja. Passiert. Ja, das bist du, Hasi. Dadurch, dass meine Familie eine absolute Mädchenfamilie ist, ist hier natürlich vieles einfach mal pink und rosa. Oh ja, das war in meiner, eigentlich meine erste richtige Gastfamilie, aber meine zweite Gastfamilie. Bei denen habe ich ein halbes Jahr lang gewohnt. Und dann im Winter irgendwann habe ich gewechselt, weil es da so ein paar, ja es gab keine großen krassen Probleme. Aber meine Gastmutter hat sehr, sehr viel gearbeitet und war kaum zu Hause und es war dann für mich einfach irgendwie blöd, weil ich sehr alleine war. Und dann bin ich in eine andere Gastfamilie gezogen und das war die beste Entscheidung aller Zeiten, weil die waren ganz, ganz toll und ganz, ganz liebenswürdig und wunderbar. Gerade so um Weihnachten herum wurde es schon ein bisschen schwieriger, muss man schon sagen, weil Weihnachten nicht mit der Familie zu feiern, das ist gerade für ein Kind ganz, ganz ungewohnt. Ich habe großes Glück gehabt, dass es schon FaceTime gab. Ich konnte auch zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen, wenn ich ein Problem hatte, dann konnte ich anrufen und dann waren alle da. Also, ähm... Ich kann mich auch nicht wiederholen. Very emotional today. Ich bin jetzt all dressed up for homecoming und werde da jetzt gleich hinfahren und Spaß haben und tanzen. Oh mein Gott, wie ich mich anhöre. Und unser Thema ist Howdown. Ich habe jetzt kein Kleid gekauft, weil es kein Formel der Tanz ist. Und ich denke, das wird ziemlich lustig werden. Unser Thema ist Howdown, deswegen sehe ich ein bisschen aus wie ein Cowgirl. Aber, also die ganzen Schultänzer, auf denen ich war, waren echt schön und haben richtig viel Spaß gemacht. Oh Gott. Was ich in den USA auch ganz viel gemacht habe in der Schule, ist Theater gespielt, beziehungsweise Musical. Ich war dort im Theaterclub und ich hatte auch eine Klasse, also ein Unterrichtsfach, das auch Theater hieß. Die Leute waren einfach alle so unglaublich toll und offen. Es ist null vergleichbar mit irgendwas, was man jemals in Deutschland erleben kann, auf diesem Level. Ich wusste danach einfach, dass das das ist, was ich in meinem Leben machen möchte. Und dann bin ich wieder zurück nach Deutschland gekommen. Just kidding. Obwohl. Aufgestapelt. Und wenn ich jetzt mal eben auf die Bühne laufe, ich glaube, das möchte keiner, aber das mache ich trotzdem. Dann haben wir hier das Haus. Das ist für mich immer noch so faszinierend, weil ich einfach denke, selbst manche Staatstheater hier in Deutschland haben nicht solche Bühnen und das war einfach in der Highschool. Wenn man es nicht mit eigenen Augen sieht, dann glaubt man es nicht. Ich glaube, das war die letzte Vorstellung und alle waren einfach mega traurig, dass es jetzt vorbei ist. Ich weiß, dass ich dich wirklich lange kennengelernt habe, aber ich fühle mich, dass wir so nahe sind und ich liebe dich so, so sehr und du bist so eine schöne Person und ich werde dich missen und du musst wirklich noch ein paar Zeit hangen. Oh mein Gott. Das habe ich hier in Deutschland und auch in anderen Ländern noch nicht so erlebt, dass es so eine krasse Offenheit gibt und dass man sich so schnell integrieren kann. Oh mein Gott. Guckt euch diese schwarzen Haare an. Oh nein. Oh nein, Baby, nein. Irgendwie wollte ich wieder näher an meiner Mutter dran sein, auch weil ich sie sehr doll vermisst habe und so. Ich dachte halt so, ja, dann färbe ich mir einfach mal meine Haare braun, weil meine Mutter hat dunkelbraune Haare schon immer und meine Tante auch. Und ich habe ja auch relativ dunkle Augenbrauen, weswegen ich dachte, das sieht bestimmt gut aus. Und dann kam so richtig rabenschwarz, fast bläulicher Stich heraus und ich war so, oh mein Gott. Es sah so schlimm aus. Und diese Farbe hat so lange gebraucht, bis sie wieder raus war. In den USA durfte ich als Senior eingetragen werden, das heißt, ich habe das zwölfte Schuljahr gemacht und sozusagen dann, ja, den Abschluss gemacht. Ich habe Graduation mitgemacht und Prom, das war super toll. Einige meiner Freunde, die auch einen Auslöser gemacht haben, konnten das alles gar nicht machen, weil die nur als Junior eingetragen wurden. Und das war der Tag, an dem wir unseren Prom hatten. Wunderschön. Wunderschön. Das Video, was ich mir jetzt angucke, das weiß ich noch ganz genau. Das sind meine allerliebsten Lieblingserinnerungen an das Auslandsjahr. Da waren wir mit meiner Theatergruppe unterwegs und sind ans Meer gefahren und haben dort so ein bisschen bonding betrieben. Das heißt, so Spiele miteinander gespielt, Impro und etc., um als Gruppe ein bisschen fester zusammenzukommen. Dort ist in mir so richtig viel hochgekommen und so richtig viel Dankbarkeit. Das waren die Momente, wo ich da stand und aufs Meer geguckt habe und die Dünen und einfach nur gedacht habe, wow, ich habe so ein Scheißglück. Und es ist so schön hier. Ich weiß nicht, ich bin meinen Eltern so mega fett dankbar, dass sie mir das ermöglichen, weil, ey, wirklich alles, was ich hier sehe, ist so wunderschön. Oregon ist, ist, oh, ist traumhaft. Ich habe, ich kann euch gar nicht so viel erzählen, ich kann euch gar nicht so viel wertvolles gerade mit auf den Weg geben. Ich bin einfach, ich spelgele so wundervollen Erinnerungen die ganze Zeit. Ach, Mann, ey. Like, drei Mühle. Kennt ihr The Human Centipede? Den haben wir damals zusammen geguckt. Und da geht es im Prinzip um einen kranken Nazi-Doktor, der drei Leute zusammennäht mit Mund an Arsch und, oh Gott, und die dann als Tier bei sich hält sozusagen und... Which disgusting? Er hat es halt mit seinem Hund vorher als Experiment gemacht und auf dem Grabstein des Hundes steht halt mein geliebter Dreihund oder sowas. Dann haben mich natürlich alle gefragt, was das heißt und ich war so... Dann wurde das zum Lieblingswort von allen. Alle haben dann immer nur noch Dreihund. Dreihund gesagt. Das ist auch noch das einzige deutsche Wort, was die können. Und in diesem folgenden Sommer habe ich dann Lacrosse gespielt. Warte ich das nämlich in einer Serie und zwar der Serie Teen Wolf. Falls dir noch irgendjemandem was sagt, die war damals halt voll in und ich fand die super geil und sexy. Und dann wollte ich halt unbedingt auch Lacrosse spielen. Sah immer extrem bescheuert aus mit diesen Goggles und dem Mundschutz und dann diesen Ball einfach abzukriegen. Oh mein Gott, das tut so weh. Die Männer haben komplett Full Body Helm auf, haben so ein Gestell und dürfen sich halt auch noch anrempeln und schlagen und so. Manchmal hätte ich mir auch gewünscht, dass ich einen Helm aufhabe, weil dieser Scheißball mich so oft getroffen hat. Außerdem wird es auf Rasen oder auf Turf gespielt. Turf ist dieser Kunstrasen, den ihr auch kennt. Wie ich spreche. Und da braucht man natürlich dann... Oh, ich spreche ganz komisch. Sucker Cleats. Obwohl es so ein kleines bisschen peinlich ist, finde ich, wenn ich mir das jetzt so angucke und mir so denke... What was you thinking? Aber andererseits ist es sieben Jahre her. Ich habe mich ja wohl ein bisschen verändert und entwickelt in der Zeit. Und es ist irgendwie auch schön, einfach zurückzugucken und diese Erinnerungen zu haben. Und ich fände es auch lustig, wenn ihr irgendwie Bock habt, euch das anzugucken, dann macht das. Guckt es euch an. Dieser Channel hat nichts mehr mit mir zu tun. Wie gesagt, ich weiß nicht mal mehr. Ich weiß die Zugangsdaten nicht. Ich könnte mich dort nicht einloggen. Also braucht ihr dort nicht abonnieren, weil da wird nie wieder was passieren drauf. Aber die Videos sind da. Man kann sie sich angucken, wenn man sich dafür interessiert. Wenn ihr Fragen habt zu dem Thema Auslandsjahr oder wie das ist, Exchange Student zu sein und was ich gelernt habe, was ich gut und was ich nicht so gut fand, dann stellt mir diese Fragen gerne in diesem Video unten in den Kommentaren. Und ansonsten kann ich jedem einfach nur empfehlen, sein Auslandsjahr zu filmen und es irgendwie festzuhalten. Man muss es ja nicht ins Internet hochladen, damit es die ganze Welt sieht. Aber für sich selbst diese Erinnerung zu haben, es ist so Gold wert. Wenn ihr dieses Video interessant fandet und es euch Spaß gemacht hat, wie ich auf mich selbst reagiere, dann gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben und lasst einen Kommentar da. Und abonniert den Kanal, weil ich poste jeden Montag ein neues Video. Und gelegentlich vielleicht auch mal zwischendurch, aber wohl gelegentlich. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und wir sehen uns. Ciao. Ciao. Ciao.